Mein Name ist Zacharias Bergmann, aber die meisten Leute nennen mich ZAD. Industriekletterer, das hört sich erstmal komisch an, das ist eben nicht so ein typischer Job wie Nanophysiker oder sowas, aber ich baue halt Windräder, öle die auch. Ich bin jetzt 32, bin schon ein bisschen, aber körperlich gesehen bin ich eher so 19. Kampfsport ist natürlich aber auch etwas, was ich sehr gerne auch ab 40 Meter Höhe gerne mache. Aber ich habe auch eine zärtliche Seite. Ich interessiere mich sehr für Botanik. Pflanzen sind ja im Prinzip auch Maschinen, denke ich mir manchmal. Deswegen, also ich gehe auch gerne in den Garten und pflanze meine Gurken an. Das mache ich sehr gerne, weil ich finde Gurken sind wichtig. Möhren sind auch wichtig. Eine andere gute Eigenschaft von mir ist... ... ... ... ... ... ... ... ...